Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video in Capture One. Ich habe kürzlich erst einen Workshop gehabt zum Thema Halloween und ich habe mir gedacht, ich schaue mir mit euch den Browser und den Viewer an. Dazu habe ich nämlich noch kein Video gehabt und gleichzeitig zeige ich euch, wie ich damit in meinem Workflow den Effizienten nutze, beziehungsweise gibt es am Schluss noch einen Bonus-Tipp für euch. Gleich nach dem Intro geht es los. So, wir wechseln jetzt hier einfach mal in Capture One auf meinen Laptop und wie ihr seht, habe ich hier einmal im Aufnahmeordner meiner Sitzung die ganzen Bilder angezeigt und habe schon vorher meine Farbmarkierungen gemacht und schon ein paar Bewertungen. Normalerweise haben wir eben die Standardansicht, dass wir in der Mitte eben den Viewer haben, rechts haben wir die Tools, beziehungsweise habe ich das jetzt da so eingestellt, dass die Tools rechts sind und nicht links, wie in der Standardansicht. Ich zeige euch das jetzt mal von out of the box quasi, wie Capture One eben standardmäßig aussieht. Ah, falsch. Arbeitsfläche, Standard. Dann habe ich eben links meine Werkzeuge, in der Mitte den Viewer und rechts meine Tools, äh, meinen Browser. Ich habe mir das aber aus Effizienzgründen eigentlich so eingestellt, dass ich das rechts habe, beziehungsweise habe ich das schon damals von Lightroom her gewohnt, das heißt, äh, alles rechts und Browser habe ich zum Beispiel, haben einen Lightroom unten, aber ich wollte mehr Platz haben in der Mitte für mein Bild, deswegen habe ich den links gestellt, den Browser. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, dann haben wir hier den Browser links und den kann ich mir auch hier in dieser Ansicht vergrößern, verkleinern, wie ich das haben will. Dementsprechend, je größer der Browser ist, desto kleiner wird der Viewer natürlich. Irgendwo muss der Platz dann auch eingespart werden und rechts weiterhin noch meine Werkzeuge. Ich kann das Ganze aber auch einfacher machen, ich kann mal das Ganze hier klein machen und drücke einfach die Taste G und habe die Vollansicht mit meinem Browser und der Viewer wird ausgeblendet. Jetzt kann ich hier eben durchschauen und schneller dementsprechend arbeiten. Ich kann hier mehrere Bilder gleich markieren und eine Farbmarkierung reinhauen. Oder wenn ich dann die Bilder ein bisschen größer darstelle, das kann ich hier zum Beispiel machen, wo ich die Bilder halbwegs noch beurteilen kann. Okay, und da kann ich zum Beispiel hier eine Bewertung hier mit den Sternen machen. Die werde ich hier jetzt einmal ausblenden. Dann mache ich hier, das waren so Testaufnahmen für das Licht-Setup und hier hat der Blitz nicht ausgelöst, hier war auch das Setup und hier hat auch ein Bild nicht ausgelöst, aber das, also ein Blitz nicht ausgelöst, das lasse ich gleich einmal. Die gebe ich jetzt hier auch weg und ich habe schon wieder ein paar Bilder sortiert. Beim Browser kann ich hier links oben verschiedene Modi anzeigen, wie das Ganze dargestellt werden soll. Normalerweise eingestellt ist immer der Raster-Modus und den finde ich auch am praktikabelsten. Ich kann natürlich aber auch eine Listenansicht machen, wo ich dann auch gleich die Exif-Daten von den jeweiligen Bildern sehe, also welche Brennwerte, welche Verschlusszeit und ich kann auch gleich sehen, welche Markierungen ich da bei diesem Bild vorgenommen habe, welche Bewertungen. Zusätzlich habe ich dann noch den Filmstreifen-Modus, den finde ich einfach nur unpraktisch, weil ich sehe hier zwar die Bilder ganz normal, aber es ändert sich jetzt nicht wirklich was. Also ich verschwende hier einfach Platz auf der rechten Seite und ich finde das einfach unnötig, könnte man einfach weglassen. Rechts daneben bei den Modi habe ich dann hier auch noch die Möglichkeit, dass ich das Ganze eben sortieren kann und dementsprechend habe ich hier auch ein paar Auswahlmöglichkeiten. Dann habe ich hier noch ein kleines Icon hier, wo ich den abwärts und aufwärts sortieren kann. Beziehungsweise kann ich die nach Datum auch sortieren und so weiter. Das wäre hier auf der linken Seite. In der Mitte habe ich hier eine Anzeige, wie viele Bilder gerade ausgewählt sind. Das rührt daher, dass ich jetzt hier die unbewerteten habe noch. Das könnte ich jetzt hier auch machen. Ich drücke einfach hier auf die gelbe Farbmarkierung und sehe ich vom ersten Set die Bilder, die hier ausgewählt wurden mit der Farbe Gelb und dann könnte ich noch mit der Steuerung-Taste hier noch zusätzlich drücken, die 5-Sterne-Bewertungen und habe jetzt hier nur mehr die Bilder, die gelb bewertet wurden und eine 5-Sterne-Bewertung erfahren habe. Dann habe ich rechts hier noch die Möglichkeit, ich kann mir die Bilder größer, kleiner darstellen, wie ich das gerade haben möchte. Das kann ich hier auch mit den Lupen machen. Und ganz rechts zum Schluss, last but not least, habe ich hier die Möglichkeit, dass ich die Bilder eben filtern kann, dass ich eben zum Beispiel ein Bild nach den jeweiligen Farbmarkierungen nehme und so weiter. Nutze ich aber eigentlich recht wenig. Ich mache das eigentlich eher mit den Sitzungsalben. Das zeige ich auch hier. Ich kann hier zum Beispiel, wenn ich in der Bibliothek hier draufklücke, auch das Pluszeichen, kann ich hier ein intelligentes Album erstellen. Dann nehme ich jetzt als erste Bianca Set 1. Erstelle mir das Ganze und da kann ich als Suchkriterium hier auswählen, dass ich hier zum Beispiel eine Farbmarkierung haben möchte. Dann habe ich hier ist, gelb habe ich bei Bianca ausgewählt, sichern. Dann erstellt mir Capture One hier ein Sitzungsalbum und da sehe ich jetzt da im Browser alle Bilder, die gelb sind. Gelb markiert worden. Das Ganze mache ich jetzt hier im Schnelldurchlauf nochmal mit den Sitz von Lydia. Set 1 erstellen. Farbmarkierung ist blau. Sichern. Ich schaue mal das Set von Lydia an. Habe ich hier. Und dann noch ein weiteres Set Set 2. Und die habe ich grün ausgewählt. Dann schauen wir uns das Set hier an. Und wir haben alle Bilder hier entsprechend auch angezeigt. Mit der Taste G kann ich den Browser wieder verkleinern beziehungsweise sehe ich dann wieder den Viewer. Dann kann ich mir das Ganze hier anschauen. Schauen wir uns den Viewer an. Ich kann hier links oben umschalten auf einfach oder mehrfach Ansicht. Das heißt, wenn ich mehrere Bilder markiere, dann werden die auch so in Viewer dargestellt. Wenn ich das Ganze hier ausschalte, dann wird man nur das eine Bild, das hier fett umrandet ist, kann ich als erstes angezeigt. Die anderen werden zwar auch markiert, aber nicht angezeigt. Dann kann ich daneben ein Proofwand einstellen. Braucht man jetzt hier auch nicht. Und was noch wichtig ist, wenn ich zum Beispiel Color Grading mache, da habe ich hier eine eigene Arbeitsfläche eingestellt. Das heißt, ich blende mir die ganzen Werkzeuge aus, bis auf die, die für Farben zuständig sind, beziehungsweise die ich für Farbgebung, Farbänderung, Color Grading nutze. Und da habe ich Ihnen zwar jetzt hier die Ebenen dazu genommen, aber das könnte ich auch hier oben einfach machen, indem ich hier auf das Icon klicke und kann mir eine Reparaturebene, eine Klon-Ebene, Anpassungsebene hinzufügen. Das zeige ich jetzt hier mal. Ich habe jetzt hier eine Anpassungsebene und kann jetzt hier auch weiter arbeiten. Wenn ich im Bild mit der Maus herumfahre, habe ich in der Mitte eine RGB-Farbwertangabe. Das heißt, ich kann die verschiedenen Kanäle beurteilen direkt und auch den Luminanzkanal. Stellen wir hier jetzt einmal wieder um und Capture One zeigt mir jetzt wieder alles an, wie ich es normalerweise nutze. Zum Schluss habe ich noch in der Bibliothek einen Bonus-Tipp für euch, weil diese Frage eben auch aufgetaucht ist in meiner Facebook-Gruppe und das wäre zum Beispiel, dass man in Ausgabeordner gewisse Unterordner einfach nicht in Capture One-Sitzungen darstellen lassen kann, beziehungsweise man muss da extra immer in den Browser reingehen. da zeige ich euch einen kleinen Kniff, das geht ganz einfach. Wir scrollen hier einfach in der Bibliothek hier runter. Ich gehe dorthin, wo meine Capture One-Sitzung liegt. Schauen wir uns das hier an. Wo ist der Halloween-Workshop? Hier. Und da habe ich hier einen Output-Ordner. Genauso wie hier oben. Das ist derselbe Ordner hier, als Ausgabeordner. Wenn ich zum Beispiel Bilder für 500px, Facebook, Instagram, exportiere, erstellt es mir laut meinen Exportangaben immer einen eigenen Ordner, beziehungsweise werden die in diesen Ordner dann rein exportiert. Ich kann jetzt aber hier, wenn ich mir dieses hier ansehe, ich kann hier mir das gleich darstellen lassen und wenn ich mit der rechten Maustaste klicke, dann kann ich mir das zu den Favoriten hinzufügen. Das heißt, klicke ich hier an und das mache ich hier mit dem Instagram-Ordner genauso. Beziehungsweise nehme ich da noch den Recharged-Ordner dazu, damit ich alle Ordner drin habe und die sehe ich dann hier in den Sitzungs-Favoriten. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel die Bilder, die ich retuschieren muss noch, habe ich extra einen Ordner drin, ich habe die fertig explodierten Bilder, die ich schon hochladen kann irgendwo in den jeweiligen Ordnern für das jeweilige Social Network oder für meine Webseite zum Beispiel. Wenn ich dann zum Beispiel Bilder retuschiert habe, dann kommen die nachher in den Ordner Retouched rein und da habe ich zum Beispiel hier ein Bild, das hier schon fixartig ist und das kann ich mir nachher dann exportieren und kommt dann dementsprechend in den Ordner rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ich das nächste Video hochlade. In der Videobeschreibung habt ihr dann noch Links zu den Capture One Kampagnen, die aktuell laufen. Aktuell wäre das die Pre-Order für Capture One 21 und dann zusätzlich noch für meine Facebook-Gruppe und für den Telegram-Kanal noch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und dann bis dahin. Ciao.